Das Shalimar, ein bezauberndes indisches Restaurant im britischen Kolonialstil, liegt im 6. Wiener Gemeindebezirk in der Schmalzhofgasse 11 und ist das älteste indische Restaurant in Wien. Das aus Messing aufwendig gefertigte schwere Eingangstor ist mit Pfauornamenten verziert, dem traditionellen Symbol von Indien. Es lädt seine Gäste ein, einen Blick auf Indien und seine Küche zu werfen und man betritt drei liebevoll gestaltete Räume. Den Benaresraum, den Rajasthanraum und den Mogulraum. Der Benaresraum besticht durch seine samtverzierten Wände und Mogul-Laternen, die einen ornamenthaften Schatten an die Decke im britischen Kolonialstil werfen. Der Rajasthanraum ist mit traditionellen Lampignons und bunt bemalten Holzpanelen ausgestattet und bietet ebenso ein wunderbares Dinnerambiente. Der Mogulraum bezaubert durch ein majestätisches Interieur mit prunkvollen Beleuchtungskörpern. Das Shalimar ist eines der wenigen Lokale im 6. Bezirk, das seinen Gästen mit einem Gastgarten aufwarten kann. Hier können im Sommer bis zu 70 Personen unter einem großen, schattigen Kirschbaum mit angrenzendem Pavillon die indische Küche der Sonderklasse genießen. Machen auch Sie einen kulinarischen Kurzausflug nach Indien, mitten im Herzen von Wien.